Schönen guten Tag, Thorsten aus Kalifornien. Ich bin ein Jeunesse-Distributor, ein Vertreiber. Instantly Ageless, das ist eines der Top-Produkte von Jeunesse, ist eines der am meisten diskutierten Anti-Aging-Produkte überhaupt. Und das aus gutem Grund. Wie wir hier sagen, die Ergebnisse, die Menschen nur in wenigen Sekunden nach der Anwendung erleben, sind nicht weniger als atemberaubend, meine Damen und Herren. So, wir haben ein Video hier, das können Sie sich anschauen. Ich habe einen Link direkt unter diesem Video, wo Sie das ganze Video anschauen können. Nach 1 Minute 50 Sekunden schauen Sie sich an, was für ein Unterschied hier ist. Das ist das eine Auge, das das Instantly Ageless hat. Das ist das normale Auge mit den großen Tränensäcken. Da sehen Sie, zwischen 1 Minute 50 Sekunden und 2 Minuten passieren diese Ergebnisse. Dankeschön.